Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 6 mit mir Eldwinkmann und ich muss mich entschuldigen, das letzte Video war doch akkord und deswegen, das hier wird auf jeden Fall etwas länger, denn, ähm, Master of Snow, Blizzard, man, ich hab noch nie Eislevel gemacht, nicht so schlimm wie Master Level, aber, äh, Es geht ums Prinzip, sagen wir es so Ja Oh, meine Güte, ja, dann wäre ich schon das Lustige an Eisleveln Das Eis Klingt komisch, ist aber so Da brauchen wir bestimmt Feuer Ja Ja, ähm, ähm, Eislevel sind wirklich nicht unbedingt meine Favoriten Und, äh, vielleicht kann man es verstehen, weil das Rutschen, das macht doch schon einiges schwieriger Ähm, auf die schüssel ich jetzt mal ein paar, oder? Und ich würde auch ran So So Oh, komm schon Oh, komm schon Aaaaah Das war zu viel Das war zu viel Das war zu viel Das war zu viel Ach, wenn man nicht weiß, ob man überlebt oder nicht Wüß Hm, ich würde auch mal ein paar, äh, ich würde auch mal ein paar, oder sie hätte wie schließlich eine Wie hier... Und... Aha... Okay... Ansonsten mal ein etwas anderes Level, gerade mit diesem... komischen Bomben-Dauer. Interessant. Das ist alles noch nicht so schwer. Schön, dass ich sogar in deine Richtung rutsche. Da war's. Das gibt es nicht. Okay... Geht trotzdem weiter. Sofort. Und... zack. Ich war ja gerade eben auch schon da. Nein! Geh weg! Und zack! Und zack! Octopussy Und da rutsche ich auch schon Okay Erstmal Ich hol jetzt ein Jet raus Um da Jetzt keine Probleme zu bekommen So Ich will das nicht Ganz ehrlich Eis Ich hasse Eislevel Das hier ist keine Ausnahme Und somit werde ich erstmal alles gegen ihn ausprobieren Natürlich Kutzeleffekt What the hell Ganz ehrlich Nein Der ist doch schon etwas Schwieriger Das liegt aber daran Dass ich anscheinend Nicht seine Schwäche besitze Ich könnte es mal mit Plantman versuchen Äh Fleisch glaube ich nicht Da wir vielleicht schon eingesetzt haben Der ist nicht so schwer Alle Angriffe sind ausweichbar Alle Angriffe sind ausweichbar Und ich habe immer noch die falsche Tastenbelegung dran Wieso kommt der nicht gerollt Mann Ah Das hier ist kacke Äh Energietank Da ich kein Leben mehr habe Wuhu Ich kann nicht ausweichen Hallo Energietank Das gibt es nicht Zwei Energietanks Oh Gott Mann Ich hätte nur den Blaster aufladen müssen Aber der lässt mir keine Zeit Das ist das Schwere an ihm Ich hätte wahrscheinlich mit Äh Flamen Oder wer das ist Hätte ich wahrscheinlich Bessere Chancen gehabt Oh Gott Oh Gott Der hat genervt Beer Tech Oh Das ist äh Eine schöne Attacke Meiner Meinung nach Ähm State Select Da wir letztes Mal So abrupt geendet hatten Mabe ich jetzt Äh Einfach weiter Mit Die Oh du Scheiße Neutman Deine Werte sind ja Oh I don't like Habe ich vielleicht um das überhaupt kaputt zu machen Nein Was bist du denn Huh What the Oh Ja Gehen wir wieder hoch Leke 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 Suck Suck Ich hab die Tastebelegung immer noch anders Ich krieg dich Nicht Dann äh Lass uns mal diese Beer Tech Ausprobieren Sie scheint zu funktionieren Ist ja mal was Ne Und ich mag das nicht wenn da was ist Und deswegen kommt der Jet ran Ein bisschen tricksen muss sein Jep Und ähm Tschü tü 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 Und zack, und ja Hallo Ich bin schon nur der Das ist nicht wahr Meine Damen und Herren, Sie haben gerade gesehen, wie ich mich blamiert habe Und so aufs Übelste Das kann doch nicht sein Das kann nicht sein Ich mach natürlich Continue Jetzt bin ich nämlich wutend Auf dieses Level Du kleine Scheißteil Ja Komm Hopp Oh, das Teil braucht so lang Jupp So Und zack Und weiter geht So Palm Und Ähm Was hatte ich Ja, ich mach das einfach mal mit der Plant Ja, eine Ich mag ja mega meine Musik Ähm Das fängt an mit Game-Over-Musik und äh Titelmusik und äh Levelmusik Bis hin zu den Credits Ähm Alles, egal welches Stück, jedes Stück hat irgendwas Außer natürlich Wann kommt das Teil denn raus? Also kommt das nur raus, wenn man dagegen schießt Schön zu wissen Äh, ja Oh Gott sei Dank Hey, ein Leben Könnte ich eventuell gebrauchen Ich bin mir nicht sicher, was äh Der verliert seine Brille Oh, Leck, sind die gemein Jupp, Energietank Und wir können weitergehen Ja, jetzt probiert er ruhig Ähm Ohne Rushjet hätte ich den jetzt einfach mal abgeknallt Oh Interessant Und auch nicht Denn diese Teile Sind Nervig Gott Was war das denn? Mal ganz ehrlich Was war das für ein Scheiß? Die Teile Da kann man sich nicht drauf Äh Die kann man Ach Gott Wie soll ich das erklären? Äh Bei Plantman Da waren diese Federn Da konnte man sich drauf Ich sag mal Da konnte man sich drauf lenken Oder besser lenken Man konnte Sich bewegen, wie man wollte Das hat hier nicht geklappt Du wirst gestoßen Das ist wie beim Pinball Du wirst einfach gestoßen Du kannst nichts dagegen tun Und das ist scheiße Also Auch hier wird getrickst So Natürlich Dann kommt das Ende Ihr wollt mich doch wohl alle verarschen Okay Ähm Ich versuch mal sofort Äh Ich hab zwei Leben Einen Energietank Da hab ich Zeit auszuprobieren Juhu Ein schönes Ambiente Ich hab Flash eingesetzt Ja Oh Gott Der ist ja Kacke Natürlich Nur ausprobieren Mehr wollte ich nicht Aber ne Der wirft ja nicht Oh Gott So Weiter geht's Ähm Los Mach schneller Ja komm Ich komm jetzt über dich drüber Also das bringt auch nix Ähm Eventuell Nein Gott Das ist doch Kacke Auch das hat nicht wirklich geklappt Ja Da kann ich halt Hätte ich mir sparen können Sliden Mega man Sliden Oh Gott Und ich bin ehrlich, das wird ein hartes Stück. Das wird ein richtig hartes Stück, da ich ihn nur angreifen kann, wenn er mich angreift. Okay. Ähm, ich brauch grad bisschen Ruhe. Das ist, äh, was ganz komisches. Gut, das hat Spaß gemacht, mein Freund. Der war eine Herausforderung, die schaffbar war. Ähm, der war nicht unfair, der war, äh, wie man sich einen Gegner vorstellt. Und das Level an sich war scheiße. Äh, alles hat Vor- und Nachteile. You get Night Z. Das ist alles, äh, sehr aufschlussreich, was das C zum Beispiel bedeutet. Wow, ist unglaublich. Ich hab keine Ahnung. Aber, was ich weiß, ist, dass mein Name Ed Winkmann ist. Und wir sehen uns, ähm, morgen wieder, wenn die letzten zwei uns erwarten. Ähm, ja. Bis dahin. Äh, ja. Ciao.